Heute bei Retro Today. Pentomino für Schneider CPC. Hallo und herzlich willkommen zu Retro Today. Servus. So Markus, was haben wir denn heute im Angebot? Ich habe ein schönes, buntes, würfeliges Spielchen von Polyplay. Das heißt Pentomino. Heißt es nicht Pentomino? Also ich weiß es nicht. Also man sagt ja Domino. Also heißt es wahrscheinlich Pentomino. Aber das Puzzlespiel hieß Atomino. Ja, immer auf dem O. Pentomino. Domino. Oder Pentomino? Pentomino. 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 Ja, dann zeig doch erstmal, zeig mal hier in meinen e-Kamera, dass man mal was sieht. Ja, voll vor, eine schöne bunte Würfelchen. Es ist ein Puzzlespiel. Und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Genau, zeig mal die Rückseite. Die Rückseite sieht auch... Auch wieder mit Screenshots und so weiter. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Was steht denn drauf? Es ist ein Puzzlespiel mit 464 verschiedenen Puzzles. 464. Wo kommt mir diese Zahl nur bekannt vor? 17. Genau. 32 einfache Puzzles, 216 mittelschwere Puzzles und 216 harte Puzzles. Genau. Mit zwei, drei oder vier Steinen. Tokens. Unten steht es übrigens auch auf Deutsch. Das teilen. Teilen. Teile. Okay. So. Ja, dann machen wir auf. Lass mal reingucken hier. Es rasselt. Es ist kaputt. Kaputt in der Thermoskante. Also auch hier wieder schön von oben und unten und überall bedruckt, sodass man, egal wie man es ins Regal stellt, überall den Spieletitel sehen kann. Das finde ich immer sehr, sehr großartig. Nicht verkanten. Ah. Wow. Hier genau, das wollte ich schon mal zeigen. Da steht der Titel, da steht der Titel, da steht der Titel und da. Das finde ich großartig. So, und dort haben wir... Ich glaube, das ist mehr als ein Puzzlespiel, also ein Computerspiel. Das steht doch hier unten. Analog. Ist das mal geil? Das ist die analoge Fassung davon. Die analoge Version eines Computerspiels. Genau, denn... Das hätte ich ja gerne mal bei Die Siedler gesehen. Hm. Also wenn ich mich recht entsinne, ist das nämlich das Spiel, also das Brettspiel, auf dem Tetris basiert. Tetris basiert auf einem Brettspiel? Genau, nehme ich auf dem hier. Dann, ich packe mal hier aus. Das währenddessen, kannst du mal gucken, was da noch so drin ist? Ja, also... Neben einem farbschönen, übersichtlichen Handbuch, das ist tatsächlich nur... Also diesmal... So kompliziert ist es nicht. ...ein Faltblatt. Ja. Ich hole erstmal die Goodies raus. Mhm. Ist ein Polyplay-Aufkleber, der bekannte... Und der andere. Und der andere bekannte Polyplay-Aufkleber. Ja. Dann ist hier noch ein... Sieht wie ein Poster aus. Ich meine, das ist ein Poster. Und es ist nicht nur ein Poster. Es ist ein Pentomino-Poster. Nein, ein Pentomino-Poster. Pentomino. Aber da ist noch eins drin. Noch eins? Ne. Ne, sah nur so aus. Eine optische Täuschung ist auch mit drin in der Box. Ah. Außerdem sind einige Atome in Originalgröße beigelegt. Genau. Und dann eine Formschule. Also ich finde diese Disketten super ansprechend. Ja, irgendwie cool. Ich finde die sehr schön. Die sind auch so stabil. Naja. Theoretisch. Sie haben allerdings keine Klappe. Muss man immer... Muss man aufpassen. Dass da kein Dreck dran kommt. Das stimmt. Gab es glaube ich auch so mit so Schutzhülle oder sowas. Gut, lügt jetzt nicht bei. Aber dafür die für Polyplay typische kleine SD-Karte mit dem Spiel drauf. Und einigen anderen Goodies für die Emulator-Freunde unter uns. Genau. So, jetzt mache ich mal hier die Schachtel so auf. Mal gucken, ob wir da was sehen können. Und das erinnert doch schon sehr an Tetris. Und zwar haben wir... Und schon kriege ich das nie wieder da rein. Genau. Da gibt es nämlich hier solche Steine. Und solche Steine und solche Steine und so lange Steine. Also es sind eigentlich quasi genau die Tetris-Steine. So. Wie kriege ich das hier? Das mache ich dann nachher, verfummel ich das dann da wieder rein irgendwie. Also ich muss dir leider mitteilen, im Handbuch ist keine Komplettlösung für dieses Analog-Puzzle drin. Oh. Du musst also tatsächlich puzzeln. Ja. Markus, ich bin dann mal beschäftigt. Mach du doch mal weiter. Ja. Ich... Das legen wir mal beiseite und machen wir dann wann anders. Denn wir wollen ja uns ja das Computerspiel angucken. Deswegen sind wir ja hier. So. Run-Anführung-Disk. Wir müssen jetzt mal gucken, was da auf der Diskette drauf ist. Ach so. Und das sind so verschiedene Sachen. Und wir wollen aber... Disk hieß es. Disk. Jawohl. Also machen wir Run-Disk mit K. Mit K. Ja. Ich glaube, die Musik weiß mich jetzt schon zu begeistern. Also ich würde ja sagen, der hat drei Kanäle. Zumindest sieht es so aus. Ja, dann machen wir mal weiter. Das war jetzt nämlich quasi das Titelbild. Oder das Intro. So. Und jetzt... Wollen wir mit Easy anfangen. Ich fange immer mit Easy an. Okay. Du musst den dann nehmen. So. Und... Nein, das ist doch hier eins, zwei, drei, vier, so vier verschiedene Knöpfe. Ist doch ein Competition Pro USB. Ach so. Ich spiele doch im Emulator hier. Okay. Dann Markus. Die Zeit läuft. Ah. Du hast auch die Anleitung gelesen. Ja, immer. Ja. Du hast dir die ganze Zeit die Anleitung gelesen. Super. Kann man das auch umdrehen? Ja. Also nicht. Wie kann ich die Teile umdrehen? Erstes Teil. Das muss spiegeln. Kann ich auch spiegeln? Ah. Mit Joystick nach unten. Huzzle One. So. Nächstes. Mhm. Hey, gibt's mit. Tada. Puzzle One. Wie viele einfache gab's? Wahrscheinlich zu wenige für mich. Guck mal die Anleitung. Es gab 32 einfache. Ja, Markus, das hast du auch schon hier. Mhm. Und eine ganze Menge verschiedener Musikstücke. Das finde ich ja echt super. Und ich hätte jetzt eher auch so ruhige, behäbige Musikstücke gedacht. Die bringen, also es bringt ja gleich so ein bisschen Actioncharakter rein. Nur durch die Musik. Schade, dass ich immer so schnell vorbei ist. Aber ich vermute bei den schwereren Leveln hört man mehr davon. Nee. Oder auch hier schon. So sieht gut aus. Das ist aber komisch. Ah, das ist etwa so ruhig, gell? Dadadadadadada. Und mit P kommt man sofort wieder ins Hauptmenü. Ah, es gibt diese drei Schwierigkeitsgrade. Wir machen jetzt gerade easy hier. Und wenn man die einzeln spielt, dann hat man auch immer unendlich Zeit. Aber mit Survival spielt man alle 464 am Stück unter Zeitlimit. Man kriegt aber einen Zeitbonus, wenn man ein Puzzle geschafft hat. Das heißt, je schneller man am Anfang ist, umso mehr Zeit hat man am Schluss. Das ist natürlich... Da versucht man am Anfang natürlich optimal zu arbeiten, damit man nachher, wenn die Level schwieriger werden, entsprechend ein bisschen Puffer hat. Und man kann ja trainieren. Genau, noch 24 im easy. Okay. 23. Und die Musik ist wirklich cool. Es gibt auch ein schönes, großes Legespiel. Wer du da machst, kann ich ja mal hier versuchen, das wieder hinzukriegen. Ein großes Legespiel, ja? Ja, das genau nach diesem Legeprinzip funktioniert. Und das dann mit drei oder vier Bauteilen ist. Ja, die schwere Mittel ist ja mit drei und schwer ist mit vier. Das kann man auch wunderbar als Familienspiel spielen. Wenn die Erwachsenen dann eben mit vier Teilen spielen müssen. Und die Kinder mit zwei oder drei. Zwei oder drei, genau. Also der war jetzt fast geschenkt. Na, kommst du hin? Äh, mach du da mal weiter. Ich, äh, ähm, ja, ähm. Das sind nicht nur die... Nicht nur eine Bombe? Ubongo heißt es. Ubongo. Ja, das gibt es dann als in verschiedenen Varianten. Ubongo Extreme und Ubongo 3D. Dann musst du deine Teile auf zwei Ebenen zusammenlegen. Das macht echt sehr viel Spaß. Und das ist im Prinzip dieses Spiel. Also ich kenne Ubongo tatsächlich ganz sogar, aber nur die Basisvariante. Ja. Auch schon Spaß. Na, komm. So. Das sieht doch gut aus. Ja, ein witziges Puzzle-Spiel. So, auch mal Puzzle? Oder bist du mit deinem Analog-Teil schon... Du kannst ja mal das Analog-Teil probieren und ich mach mal hier, ob du das, ob du auch in dem Analog so brillieren kannst wie hier. Dann schauen wir mal. So. Alles kaputt gemacht hier. Wie kaputt. So. Ah, ne, jetzt wurde ich. hau weg hau weg sag mal die die waren alle press oder ja da war keine lücke es muss gehen das hier muss auch gehen da 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 noch acht das kann ja nur da so genau doch nicht schade es hat zu diesen 1 noch nur noch nur noch 1 kommt das eine mache ich noch also fast durch den hammer geben was nicht passt wird passend gemacht die musik ist aber echt toll noch 5 so Hmmmm Hmmmm Nee 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 So Das war ja einfach Drei Mann Das war's auch nicht Zwei Ich glaub du bist vor mir fertig Ne So Hm Ah Noch null Nope 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 Hm Hm So Da denkst du jetzt wahrscheinlich was macht er da ist doch offensichtlich Offensichtlich ist immer nur dann wenn man es weiß aber jetzt weiß es so Game one Yippie Also auf easy Job Sehr schön Macht auf jeden Fall Spaß Ich würde sagen wir probieren jetzt nochmal zum abschrecken hart Mach mal Machen wir mal Mit vier teilen Mit hart zum vierte Weißt du wie viele das hier sind Das ist very hard Das ist extrem Extrem So Ähm Ah Falsch Hm 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 Anspruchsvoll. Da. 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 ich habe noch 213 also auch auf fahrt ist schaffbar es ist nur man muss ein bisschen mehr markus du machst ja immer schlimmer die graf in der hintergrund ganz nett durch römischen soldaten hier und links wieder bei puzzle 1 was du bist du ja bei puzzle 1 diese bei 1 gesagt puzzle bonn ach so ja ich bin dann mal weg gut ich würde sagen wir könnten das jetzt glaube ich beide noch den ganzen abendspielen aber für den einen ist es frustrierender als ich sehe der markus hat das auch alles gut geschafft ja also auf jeden fall ein sehr sehr schönes knobelspiel so ein kommendes einer ja eben so ein bisschen sucht kick dahinter und ich finde also ich finde allein die idee das ding nochmal als brett knobelspiel beizulegen ist schon großartig sehr sehr schönes extra also jetzt habt ihr gesehen wie es geht und ist anspruchsvoll aber auch nicht so unmöglich und ich sagen jeden fall ein empfehlenswertes daumen hoch spiel für zwischendurch so und urvater von tetris quasi quasi die steine nicht von oben runterfallen genau das ist das das neue bei tetris war dass sie von oben runterfallen und hier ist halt mit frei positionieren knifflig genug so dann wie immer an dieser stelle vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal macht's gut schau ad astra